So, holen wir mal die Truhe ab und gucken, was da drin ist. Aha, Schuhe. Ah, für Langsam-Einheiten, das ist gut. Das betrifft mir ihn in erster Linie. So. Ähm. Okay. Wie machen wir das jetzt hier? Ja, drauf da. Von vorne, bringt nicht so viel bei der. Ja. So kann das gut weitergehen. So läuft das gut. So. Ah, Alexi ist fast Level 7. Da hat sich fast alle eingeholt, was das Level angeht. So, jetzt können wir uns um den auch umkümmern, würde ich sagen. Ein bisschen aufpassen. So. Können wir ja hier mit Komori wieder ein bisschen was machen. Der ist noch inaktiv, das ist gut. Langsam vorrücken. Der bleibt noch inaktiv. Aha. Wir sehen mal hier außen rum. Ich bleib ein bisschen zurück mit Melnor. Der ist mir stark verletzt. Der ist noch inaktiv, das ist auch noch gut. So. Aha. Können wir mal direkt draufhauen, wenn wir wollen. Und die Frage, ob wir das überhaupt wollen. Mit ihm. Der bleibt noch mal ein bisschen zurück. Wollt ihr eigentlich damit zuschlagen? Super. Geht nicht. Ja, dann geht das nicht. Ja, hat nicht sogar hingehauen. Der Plan. Wie sieht es damit aus hier? Da muss ich aufpassen. Ich will auch noch nicht riskieren, dass er dann da hinläuft. Mach ich noch nicht. Ja. Könnt ihr dazu immer noch zuschlagen. Aber lass ihn jetzt mal kommen. Lass ihn jetzt mal anlaufen. Aua. Das war schmerzhaft. So. Wir haben den Hammer, oder? Hammer könnte man nicht ordentlich zuschlagen. Machen wir das mal. Ja. Das war gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist er leider. So. Wir haben ja das. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Ich hoffe, das bringt ihn nicht um. Ich hoffe, jetzt war nicht. Ich glaube nicht. Aber wissen tue ich nicht. Nee. Gut. Jetzt ist er. Gut wie erledigt. Ein Kombo-Befehlen. Naja. Ich weiß nicht. Warte noch mal. Faktor Attack. Ja. Wieder gebrochen. Aber. Wollte es nicht mal das Problem sein, weil wir jetzt Alexei dabei haben. Das werden wir trotzdem schaffen. so. Na ja. Das sollte eigentlich so reichen. Ich habe jetzt nicht so viel getan gemacht, aber Alexei eben. Bringen trotzdem einen Erfahrung-Ponus. Deswegen haben wir das jetzt gemacht. So am Anfang geht das ja noch ganz gut. nicht mehr sieben jetzt alle auf sieben gebracht außer und die minuten acht das ist gut können wir uns in den letzten kümmern her so nicht aktiv geworden wird aber noch nicht hoch aber ja müssen wir nicht mehr weiter kümmern erstmal da kommen wir nicht dran dass er keine hinschießen geht auch nicht doch ich kann auch über schießen sehr cool du bist natürlich auch so geht es natürlich auch die frage immer in einer hinkriege über ihn dazu zwingen können komo zu gehen welches mal mit komo ich mal zurück bleiben das war genug schaden dann gehe ich mal hier lang da kann ich jetzt mal die truhe trotzdem öffnen komme ich auch vorbei möglicherweise plate aha das haben wir da vorbei ähm bleib hinten bewegt sich jetzt und macht einen malus das ist klar doch doch das geht es ging aber noch war gar nicht mal so schlimm und dann machen wir jetzt das haben wir jetzt hier naja kommt noch her was willst du sehr effektiv kein problem sooo Alex kannst du irgendwo hin ne na grad ist ja nur vorne an mit zwei Waffe die bessere ja gut das ist die beste das passt machen die das ich will keine andere Waffe hier ich muss die nehmen so ok jawohl ja das war ordentlich ich will mal gucken wer muss denn jetzt hier sammeln Alex der immer noch ja guck mal anfangen hier ne so wieder gehalten einen haben wir noch wer muss komo selber so ok dann holen wir uns mal den fangen wir die alle das war nicht der letzte feindliche der letzte feinde der aktive der aktiver jetzt auch um sie wieder einher so ok so gut so hieß aus Nightwalker hätten capture so drüber lieber viel aber egal so du wartest du wartest was immer alles alles Alexei obwohl mir gerade noch eine andere andere einfällt nämlich das hier Arcello da hilft ihm natürlich ungemein so was habt ihr mal denn ja haben ihn den haben wir auch alles wie ich bin jetzt hier hier Sie haben jetzt das hier ich bin jetzt nicht mehr Also alles halb so wild hier, hm? So, wir sind natürlich langsamer geworden. Naja, egal, ich hab mir jetzt Zeit. Ah, Fortify, ich selber. So geht es natürlich auch, auch Optimierung hier. So, und Alex, hier sollen wir die alle ein, während die anderen sich irgendwie die Magie hochkommen. Lachen wir mal sicher. Ach, die nächsten. So. Okay. Erpes has been captured. So. Kriegen wir noch einen Levelaufstieg hier mit Kumori. So. Ja. So geht es natürlich auch. Joa, auch schon Level 8. So kann es gehen, ohne Kampfhandlung. Ja, ja. So, ach Gott, so viele Leute hier. Haben wir noch was gelernt? Naja, jetzt sind wir noch fertig hier. Gut. Das war's dann erstmal mit neuen Fähigkeiten. Das ist vorbei, das auch. Aber nicht so schlimm. So, ähm, ja. Naja. 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 Ne, natürlich nicht. Alle diesen aufsammeln hier. So. Exe, Merkina, Heffin Capture. Da wollte ich es mehr. Da könnte vielleicht noch dran kommen, aber ich glaube auch nicht mehr, aber ich gehe mal mit ihm wieder her. Ja. Ja, was habt ihr den. Guck auch noch auf Level 8 mit den anderen beiden. Ja, cool. Hätten wir gleich alle auf Level 8 gebracht, so anfangen für direkt. Das finde ich nicht schlecht. Eine gute Ausgangslage. Nightwalker has been captured. Können wirklich noch reichen für ein... Ja. Ganz vorbei. Weil wir noch... Zwei sind ja hier noch. Deswegen könnte vielleicht sogar noch... ...davor kommen, dass wenn auch noch los muss. Okay. Den haben wir auch. Den haben wir auch. Alle ist jetzt da ganz eine Belohnung dafür. Mach ich mal zum Schluss irgendwie auch nicht warum. Äh, ist halt also... So, ja. Ja. Hat doch tatsächlich überholt, ja. Ach, können wir jetzt aufteilen. Komm, können wir doch alles auf Level 8. Das ist ja cool. So, holen wir mal den. Machen wir den auf Level 8 gebracht. Noch stärker. Ja. Okay. Kack da Higa has been captured. Ja, so sieht's aus. Level up. Ja, gar nicht mehr. Man übel. So. Jetzt können wir noch... Ja, und jetzt den letzten. Ich hoffe, dass wir auch noch ein Level abgeben. Dann haben wir... Alles gut hingekriegt, würde ich sagen. Oh, das war's dann. Alle Truhen haben wir auch. Hexa McKenna has been captured. Ja. Und Level up. Ja, alle auf Level 8 gebracht. Nein, war schlecht. Jawoll. Ja, los geht. Ja, genau. So sieht's aus. Test clear. Ja. Yourself position. Oh, cool. Die Band wird größer. Jo. Wo war du das her hast? Keine Ahnung. Erfahren wir das jetzt? Ach, sie hat das. Nicht er? Sie hat das. Von wem? Von wem? Wie das? Wie kann sie denn das Buch denn vorher haben, bevor... nach Iserpolis gekommen sind? Hä? Wie kann... Wie kann sie das Buch denn von ihm haben? Von ihm haben? Also von... Wie kann sie das Buch von ihm haben? Wie sind sie erst danach... Wie sind sie erst nach dem ersten Kampf nach Iserpolis gegangen? Haben sie da auch erst auf den... Auf den Korn getroffen? Hm? Hm? Weil sie hat was ausgeliehen. Also... Die müssen nicht entsprechend dem Feuer begegnet sein. Irgendwie. Was denn? Sagen sie. Das sagen sie angeblich ja. Aber... Bisher... Was macht ein Librum denn? Sagen wir doch nur den ganzen Menschen ein. Bisher haben wir das... So gesehen nie gebraucht. Ja... Bisher haben wir die immer dann... Im... Hätten wir aber töten können. Nein. Eigentlich nicht. Aber ich frage mich grad... Wo... Wie sie das kriegen... Konnte... Bevor wir nach Iserpolis gekommen sind. Weil wir erst dann... Da... Erste Festung getroffen haben. Hm... Ja sicherlich. Ja... 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 Ich denke schon. Ich denke schon. Oder nicht. Ich erzähle das doch immer. Na... 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 Ne... Der... Ist nie... Immer mies gelaunt. Das stimmt. Wer weiß... Laut der Beschreibung kommt noch viel auf uns zu. Aber... Ich frau mich gerade, wo ich das kriegen konnte. Kontinuitätsfehler hier im Spiel? Erstmals? Oder da steckt man hinterher. Oder hab ich irgendwas vergessen? Hör ich euch hin. Ah, und wie ist die brave Adventurers fair? I don't know what it is you seek out there. But I'm sure you will find the right path. Keep me abreast of your progress. Ja, aber ich kriege ja die Tonlage nicht hin von dem Typ. Hm tut mir leid. Ah, Juri, Juri wäre willkommen. Dankeschön. Hi, pleased to meet you. I'm Juri. I'm traveling around the world to help those in need. How about you? You look pretty focused. Are you on a mission for some sort? You know how I'm here to help people? I wanna help you now. What do you think? Are you ready to head to a party? Yes. Then what are we waiting for? Let's go! Und ich weiß ja auch noch nicht, ob ich jetzt Juri einsetzen werde. Weil Juri auch schon ein paar mehr genommen haben. Ich würde ja mal wieder Style nehmen zur Abwechslung. Was haben die denn hier? Something different! Na, das haben wir heute wieder was anderes. Haben wir noch hier ganz Ben. Der Bett ist auch voll. Da muss ich keinen weiteren, den wir finden können. Da sind sie immer wieder vollzählig. Nach langer, langer Zeit. Stein, ja den will ich da oben vielleicht haben als Heiler. Mein Name ist Vivian. Ich bin ein Soldier von Perluna. A Fugate from my country has escaped to Bessac. I am here to bring it back. Travelling Bessac is dangerous with such a small group. Would you like my help? Also, wenn du da to a party, yes. Aber ich werde dich auch nicht einsetzen, glaube ich. Oder ich muss mal gucken. Very good. I can depart whenever you are ready. Oh, das will ich gerne haben. Hello. I am Stein. A Dark Priest of the Church. I am investigating Bessac and the orders from my master. Judging from your closing. I take a... Your mercenary? You could use some expert assistance. I am willing to help. Well. What you s... Ne. What say you? Soll ich eigentlich heißen, what you say? Let's go to a party, ja den will ich auf jeden Fall einsetzen. Aber auf jeden Fall auch Magier in unserer Gruppe. Weil ich nehme ich ja Stein und Juri. Aber ich glaube Stein nehme ich auf jeden Fall. Weil der Magier Fähigkeiten, also auch Heilfähigkeiten hat. Ich bin nur mit dir, weil es ist convenient. Nicht, weil wir Freunde sind. Ja, du passt ja wirklich wunderbar zu Mondimien. Ey. Dann sind wir ja doch noch Freunde. Äh. Wollen wir nehmen mal Kuna dabei? Wir machen auch mal ne nette Sache, hm? Part of the Kuna. I wanna help. Ja, aber wir wollen keine deine Hilfe nicht. Ey. Ist da sowas zu sagen? Glaubt man nicht. I don't think I have to tell you anything about the Magier. You look like you've already survived countless battles against them. Du hast recht. Das bezieht sich auch darauf, weil wir schon mit das eine Gesicht, das schon gespielt haben müssen, um dieses zu spielen hier. Deswegen, jetzt fehlt so nix mehr. Careful game of skills. Yes. Enjoy yourself. Ja. Ich weiß nicht, ob wir heute irgendwas kriegen hier. Ich glaub noch nicht. Aber wenn, dann wird es ja länger dauern. Ne, noch nicht. Noch nicht. Auch bald. Müssen nicht mal so allzu lange dauern. See you next time. Please come again. Ja. Also hier haben wir viele Kämpfe geschlagen. Viele Schlachten geschlagen. So. Wie hat der Haus? Was gibt's hier zu tun? Ah, wieder verkaufen. Geld sammeln. Ja, und hier haben wir auch komplett. Das ist gut. Das heißt, wir können noch ein bisschen verkaufen. Bisschen Geld verdienst. Dann tun wir einen Helm. Auch nicht schlecht. Gehen wir auch. Verkaufen wir auch. Ich will erstmal ein bisschen. Geld in die Tasche kriegen. Hektagigas. Die haben wir doch gar nicht. Die haben wir doch gar nicht. Die haben wir doch gar nicht. Muss ich aber so zweimal machen. Gigas Arm. Aha. Der ist also ein Hammer. Schlepp passend. Wir müssen noch zwei finden, um den freizustalten. Aha. Wir haben hier noch was. Erpiss? Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wo ist der Erpiss? Ah, der Erpiss. Auch zwei. Auch. Boden. Ja. Muss man auch nur halt klar kaufen. Das ist das Problem. So. 7600 Geld. Ist nicht gerade der Hammer. Gerade bei den ganzen Leuten, die wir jetzt hier durchfüttern müssen. Hey. Machen wir die alle arm. Hahahaha. I'm expecting you. Ich schön. Ja. Und die. Was haben wir überhaupt hier. Das hat der für ein Schwert. Der hat schon Claymore. Der hat das Beste schon gekriegt. Kann man auch keine Ahnung. Von ihm. Alexei. Der Hammer. Mit guter Gigas Arm. Können die auch ein. Sie können doch den nehmen. Der bricht Knochen. Ah ne. Der schützt neue gegen Knochenbrüche. Wäre auch nicht so schlecht. Aber wenn ich den nehmen. Hier Spanner. Spanner. Wollen wir Spanner werden. Ganz teuer. Oh. Warte mal. Warte mal. Welchen haben wir denn jetzt? Wir haben noch den normalen. Wir haben das Ding gekauft. Beim letzten Mal. Wir haben noch den normalen Hammer. Vielleicht sollten wir ein bisschen sparsam umgehen. Umgehen. Kaufen wir mal den Gigas Arm. Für Alexei. So. Das. Lohnt sich nicht. Für den. Aufpreis. Lohnt sich das nicht. Obwohl. Doch. Warte mal. Das ist doch. 20. Aber. Ne. Lass einmal noch den normalen. Komori. Der braucht ein Schwert. Was hat der für ein Schwert? Was hat der für ein Schwert? Der hat schon das Beste. Ne. Hat er nicht. Hat er denn für eins? Doch. Hat er. Das ist doch. Das ist doch ein Fortune. Und er. Das ist das Beste. Er hat uns gut ausgerüstet. Wie viel brauche ich? Wie viel? Keine Ahnung. Wenn. Auf jeden Fall. Muss ich mir mal überlegen. Ich weiß noch nicht genau wie ich beim nächsten Mal mitnehme. Hansmann. Sagen wir. Kurzbuchung mitnehmen. Brauche ich nicht. Das wohl auch nicht. Entsprechend. Aber es brauche ich nicht. Juri. Nehme ich nicht mit Stein. Er hat nur ein Buch. War der Zepter. Hatten Stein. Stein hat ein Buch. Mehr braucht er auch gar nicht. Aber er hat nur das. Das ist das Standardbuch. Okay. Wir haben von Damien. Alexei. Komori. Venor. Ja. Ja. Stein. Ja. Aber wen nehme ich doch noch dazu. Das weiß ich noch nicht. Ich glaube ich werde erstmal. Das überlege ich mir. Das macht er irgendwann. Ich werde dann. Jetzt brüchst ich jetzt für die nichts auf. Ähm. So. Ja. Kann man eben wieder verkaufen. Wie haben wir noch. Oh. Guck mal. Eine Rüstung. Ja. Das nehme ich gleich mal. Das brauche ich auch. Ja. Das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Ähm. Das ist sicherlich gar nicht mal so schlecht. Wenn wir da eine Rüstung dabei haben. Pissing Art. Aber das. Brauchen wir das. Das brauche ich eigentlich nicht. Aber. Kann man auch dazu packen. Ist ja auch nicht so schlimm. So. Verkaufen wir mal diese. Den haben wir. Und diese Rüstung. Okidoki. So. Wie sieht es denn hier eigentlich aus. Da brauchen wir noch Level 14. Das dauert noch eine Weile. Bis wir das kriegen. Und dann können wir das dann weg holen. Aber ist auch zu teuer noch. Ähm. Ja. Sondern was. Rüstung. Rüstung herkaufen. Hauberg. Rüstungen können wir mal kaufen. Herr Hauberg haben wir das beste. So. Da haben wir jetzt die. Die ist noch zu teuer. Weil wir die dann haben. Komori. Rüstung. Der hat die ganz einfache. Mal ein bisschen investieren. Okidoki. Vivian. Nein. Weiner hat auch die. Wenn ich richtig sehe. Ja. Man kann aber nur die nehmen. Aktuell. Das lohnt sich nicht. Für einen. Ähm. Stein. Was hat der. Der hat doch bestimmt sehr zick. Gibt auch. Ist aber das beste momentan. Oder ja. Kriegen. Ok. Dann können wir noch nichts weiter. Dann können wir nur. Ja. Dann nehmen wir das. 5500 haben wir noch. Wollen wir auch noch irgendwas kaufen. Ich bin mir grad nicht so sicher. Muss ich mal sagen. Ah. War mal zu entscheiden. Wenn wir mitnehmen wollen. Wie wir. Ich weiß gar nicht was ich kann. Was kann die eigentlich. Kann ich leider auch nicht nachgucken. Das ist ein doof jetzt hier. Das ist ja das typische Problem. Ja. Man weiß gar nicht genau. Was kann die eigentlich. Ähm. Wir haben aber. Terra. Ich glaube die können Terra sprechen. Haben wir aber letztes Mal eingesetzt. Bei Ashley. Konnte Terra. Aber Terra haben wir jetzt genug. Haben wir zwei Leute. Brauchen wir nicht. Ok. Ähm. Welcher haben wir ja dabei. Avis kann gar keinen Zauberspruch sprechen. Die ist raus. Yuri kann Sakura sprechen. Und Stein kann Madus sprechen. Ja. Und Wasser konnte Stein auch. Ja. Der war ja. Der konnte drei Sachen glaube ich. Ja. Der konnte Heilung. Der soll doch Yuri mitnehmen. Haben wir dann zwei Heiler. Weil Kumuri ist noch nicht dazu in der Lage. Würde ich sagen. Ähm. Ja. Wir haben auch noch nicht zur Auswahl. Ähm. Aber ich lasse. Ich lasse. Yuri. Ich lasse das immer trotzdem so. Und. Ja. Ich würd sagen. Wir können. was anderes kaufen. Ja. Warte mal. Ich fülle mir noch einen Trank. Bitte. Einen haben wir nämlich verbraucht. Hier nehmen wir mal zwei mit. Bisschen auffüllen. Dann haben wir unsere. Unsere. Ähm. Unseren Vorrat. So. Twilight's West. Ja. Items. Medizin. Aber noch. Bisschen mehr wieder. So. Er drüber noch. Wer war das. Emily. Emily. Ja. Hallo. 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 You look better than the last time I saw you. Um. Well. From how you are dressed you are clearly a warrior. But. But. Out there. You looked like you were wondering off to die. Did I really? I am so ashamed. Don't be. Well. I am glad it was you who saved me. Like you said. I probably would have died. Thank you. Hmm. Looks like I don't have to worry about you. anymore. You don't. But. Um. Can I stay here just a little while longer? Do as you wish. Ja. Die bleibt wieder länger dabei. Das war jetzt bis am Ende. Der Geschichte. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind am Ende der Aufnahme ist jetzt schon angekommen. Das war es nämlich erst mal. Ich hoffe ihr hattet Spaß daran. Und. Denkt wie immer. An die Kommentare und an die Bewertungen. Und damit. Ja. Danke fürs Zusehen. Und. Bis zum nächsten Mal. Ja. Mangeen. Kori. Ich habe wallahmetros. Jaan. 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 Und.